Ich sage zum Arzt, mein Penis brennt so, da sagt er, das heißt nur, dass jemand über ihn spricht. Weißt du, was wir für ein Glück haben? Das ist Porter Stoddard. Das ist sein Job. Es ist, es gehört zu dieser Stadt, diese Stadt, die Stadt ist herausragend kurvenreich, es ist, ist... Was? Sein bester Freund. Und in 25 Jahren hattest du nicht einmal, du weißt schon, nicht einmal, nie? Nein. Mal dran gedacht? Mehrere Male. Und seine Familie. Dad, Holly hat ein Zungenpiercing. Hast du keine Angst, dass du es verschluckst? Ist mir schon zweimal passiert, ich hab's wiedergekriegt. Wie hast du das denn? Aber jetzt. Wie konntest du zulassen, dass mir sowas passiert? Du weißt doch über jeden Schritt Bescheid, den Griffin-Tut. Hast du eine Affäre? Nein. Nein. Ja, es stimmt. Geht seine Libido mit ihm durch. Ich bin Architekt. Woher wissen Sie das? Ich vögle irrsinnig gerne Architekten. Und das nicht nur einmal. Oh. Mona! Ah! Oh. Oh. Sondern ständig. Da muss doch irgendwo ein Loch sein. Dad? Oh, Tom. Das ist mein Sohn, Tom. Ist hier irgendeine Frau, mit der du nichts gehabt hast, Porter? Oh, nein. Nein, nein. Ja, keine Frau mehr, okay? Bitte sehr, keine Frau mehr. Ah! Gib ihm was zu trinken, du alter Muschilecker. Sind Sie nicht wundervoll? Kino-Welt präsentiert Warren Beatty, Diane Keaton, Andy McDowell, Gary Chandling, Jenna Elfman, Nastasja Kinski und Goldie Hawn. Hältst du mich für ein Macho? Nein. Nein? Nicht im Ge... Nicht im... Du hältst mich überhaupt nicht für ein Macho? Nein. Das wäre sehr gut. Ja, finde ich auch. Männer wollen das eine... Ich habe gehört, sie waren ein Intima-Freund von Hemingway. Das hört sich aber an wie so eine Homo-Sache. Frauen wollen das andere. Hast du vor fünf Jahren nicht auch mal was mit jemandem gehabt? Was? Ach, du meinst Federico. Der konnte nur Italienisch. Das zählt nicht. Und das, das zählt nicht? Nein. Gott, hätte ich das bloß gewusst. Und am Schluss kriegen alles die Anwälte. Ich habe hier eine komplette Liste ihrer Besitztümer und alle sind eingetragen auf ihren Namen. Wer hat Ihnen dazu geraten? Sie. Sie waren das. Genau. Ich mache es mir mal eben selber, bin gleich wieder da. Ich mache es mir drin. Ich mache es mir margin. Vielen Dank.